Wie mischt man ne fette 828, ne fette Kick und geile Vocals? Es gibt eine große Marktlücke im deutschen Rap und das ist Rap über Landwirtschaft. Und ihr habt euch alle schon seit Monaten gefragt, warum ist das so? Warum höre ich nie Rap über Landwirtschaft? Ich weiß, ich weiß, wir wollen das alle und es gibt einen, der es macht und das ist der Andi. Andi Luff rappt über Landwirtschaft einfach. Ist wahrscheinlich der einzige Bereich, der noch nicht komplett überrannt ist im Deutschrap. Und er hat es tatsächlich geschafft, wenn wir hier unten mal gucken, auf 250.000 Views zu kommen mit seinem ersten Song, der auch einfach Landwirtschaft heißt. Dann muss man natürlich nachlegen und dann möchte man auch professionell werden und deshalb hat er mir jetzt seinen neuesten Song zum Mix geschickt und das ist der Song, den ich heute zeigen möchte. Den hat er ja auch schon hochgeladen, der heißt Feels und da könnt ihr natürlich gerne dann danach ein paar Klicks drauf machen, weil das ist auch sehr nett vom Andi, dass er mir erlaubt, den Song zu zeigen. Und ja, das ist der Song, den ich vor jetzt schon zwei Monaten vielleicht gemischt habe, hat dann noch Video gemacht und alles. Und den habe ich jetzt hier in Studio One und den möchte ich euch heute zeigen, beziehungsweise hauptsächlich 808, Kickdrum und Vocals. Und bevor ich in die Session reingehe, spiele ich euch mal ein bisschen vor und wir schalten dann mal hin und her. Ich habe ja zwei Bounces gemacht hier unten, mit Plugins, ohne Plugins. Das heißt, meine ganzen Fader-Einstellungen sind in beiden Versionen gleich, Panorama auch. Aber alle Plugins gehen an und aus in den zwei Versionen, sodass wir gleich mal den Song vorher und nachher vergleichen können. Und danach zeige ich euch dann vorrangig die drei Spuren, über die ich heute sprechen möchte. Wenn ich damit fertig bin, könnt ihr natürlich wieder Fragen stellen zu allen möglichen Sachen in dieser Session oder auch zu ganz anderen Sachen. Okay, ich mache mal hier auf Kopfhörerbetrieb, damit ich nicht mein Mikro die ganze Zeit muten muss. Und dann spiele ich es euch zuerst vor, wie die Spuren roh klingen, so wie ich sie bekommen habe, im einigermaßen richtigen Lautstärkeverhältnis. Und dann schalte ich mal um auf die Version mit Plugins. Das ist halt so, was wir jetzt machen werden. Und dazu mache ich jetzt die beiden Spuren wieder aus. Und ich muss dazu sagen, weil ihr kennt das Sample natürlich, ne? Von Around the World. Und der Andi hat versucht, das zu klären, hat es aber nicht geschafft und hat jetzt für die releasete Version ein anderes verwendet. Also was Ähnliches nachgebaut. Also wundert euch nicht, wenn es in YouTube danach ein bisschen anders klingt. Das war ihm dann doch zu heiß, aber ich fand die Version einfach irgendwie, ich habe mich so an die gewöhnt, weil ich die Version gemischt habe und habe jetzt einfach die verwendet. Weil das war halt, womit ich gearbeitet habe in der Zeit, habe mich da so dran gewöhnt. Fangen wir vielleicht mal vorne an. Wie würde ich jetzt anfangen, so eine Session zu mischen? So, ich mache mal wieder die Plugins an. Ich würde so anfangen. Ich würde erst mal darauf achten, dass ich im Master Fader ein bisschen Platz habe. Wenn jetzt der Limiter wieder an ist, hätte es gerade ein bisschen geklippt sogar, weil der eine Bounce zu laut war. Also ich würde einfach mal alle Spuren auf Play drücken und dann schauen, habe ich hier Platz im Master Fader, um zu mischen. Ich will hier so 10 bis 15 dB frei haben, wenn alles abspielt. Also erst mal alle Spuren so weit runterziehen, bis hier genug Platz frei ist. Es ist ja immer meine Mix-Vorbereitung, haben die meisten von euch schon 20 Mal gehört. Was passiert danach? Danach würde ich mir erst mal die Hauptelemente vom Beat nehmen. Ich würde jetzt nicht gleich irgendwie eine Spur nach der anderen durchgehen oder gleich mich auf die Vocal-Spuren stürzen, sondern ich würde überlegen, je nach Musikrichtung. In dem Fall ist ganz klar Hauptelemente 808, Kick-Drum, Snare, Main-Sample, Hi-Hats vielleicht noch. Das sind so vier, fünf Spuren meistens. Auch wenn das jetzt eine große Band wäre oder eine ganz andere Musikrichtung, das sind schon immer so um die fünf Hauptelemente. Später Vocals natürlich auch ein Hauptelement, aber die ignorieren wir erst mal ziemlich lange. Wir brauchen ein gutes Fundament. Und das Fundament für so Musikrichtungen wie das hier ist natürlich Kick-Drum und 808 unten, was das Fundament legt. Ich habe gerne immer die Snare noch dabei, weil ich finde, eine Kick alleine groovt dann oft wenig. Aber man könnte ja auch so anfangen, dass man mit 808 und Kick-Drum anfängt. Und da schalten wir jetzt mal die Plug-Ins aus. Und dann haben die so geklungen. Wenn wir die Clap mal dazunehmen und die Hi-Hats. So klingt das unbearbeitet, aber ich habe einen ganz, ganz wichtigen Schritt schon gemacht. Und den dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Und dieser Schritt sind die Fader-Positionen. Jeder gute Mix, egal in welcher Musikrichtung, geht hier los mit den richtigen Fader-Positionen. So, Moment kurz, ich muss ganz kurz meine Tochter abwürgen. Und die hört nicht auf anzurufen. Hat wieder nicht gecheckt, dass Papa arbeiten muss. Ich schreibe schnell eine SMS. Als ob das Arbeit wäre. Okay. Das war, glaube ich, deutlich genug. Also, Fader-Positionen. Weil wenn ihr anfangt zu IQen oder zu komprimieren und die Spur ist noch ein bisschen zu laut oder zu leise, dann trefft ihr keine guten Entscheidungen. Nehmt euch die Zeit. Ihr könnt ja nur mit vier Elementen anfangen. Bringt die vier in ein gutes Verhältnis. Und ihr seht hier, ich habe hier schon einige dBs hin und her geschubst. Der steht auf minus 15,6. Der steht auf minus 12,6 oder 5. Ein 3 dB Unterschied. Und die 3 dB machen richtig was aus. Und gerade das Zusammenspiel von Kick und 808 ist so stark abhängig davon, wie laut diese beiden Signale sind. Also, das ist schon, wenn ihr das alleine nur heute mitnehmt, wenn ihr jetzt ganz am Anfang steht vom Mixing und eure 808s nie hinkriegt. Wenn ihr nur das mitnehmt, habt ihr vielleicht schon einen riesen Schritt gemacht. Fader-Positionen. Und dann, ja, geht man hier irgendwann so ins Detail, halbe dBs, irgendwann passt es ungefähr. So wie es jetzt halt ist, würde ich sagen. Als nächstes überlegen wir, was gefällt mir jetzt noch nicht? Oder was kann ich mir besser vorstellen? Oder was kenne ich anders aus Songs, die so ähnlich sind und die besser gemischt sind? Na, jetzt nicht einfach anfangen, auf jede Spur was drauf zu machen. Auf jede Spur kommt ein EQ und Saturation und Kompressor. Oder eine ganze Chain, die wir irgendwo in YouTube gesehen haben. Schaut euch mal an, was da bei mir drauf ist, auf den vier wichtigen Spuren. Da sind zwei Plugins drauf, auf allen vier Spuren. Gut, Neutron kann mehrere Sachen machen, aber wenn wir gleich reingucken, sehen wir, da ist nicht viel. Und das jetzt wäre eine Nachricht an alle, die selber Beats produzieren. Wenn ihr Sounds auswählt, wo ihr beim Beat produzieren schon das Gefühl habt, ihr müsst eine Menge danach dran machen oder der Mixing-Ingenieur muss eine Menge machen. So, das knallt noch nicht richtig. Die 808 und die Kickdrum sind noch nicht richtig da, aber das kriegen wir im Mix schon hin. Das kriegen wir meistens nicht hin im Mix. Oder nicht so schön, wie wir könnten, wenn das die richtigen Sounds wären. Also Soundauswahl, natürlich, ist die Basis für jeden Mix. Und wir haben ja alle gute Sounds in den Libraries. Und die Leute, die Libraries verkaufen, die müssen die voll machen. Die machen da 100 Kickdrums rein, damit sie mehr Geld verlangen können. Davon sind vielleicht zehn gut. Das ist Geschmackssache auch. Aber viele funktionieren halt nicht zusammen. Viele 808-Sounds funktionieren generell, finde ich, gar nicht aus den Libraries. Aber die wollen ja auch nicht nur drei da rein machen. Verstehe ich ja auch. Also, gebt euch viel Mühe bei der Soundauswahl. Das muss ungemischt schon funktionieren. Dann kann man es im Mixing noch besser machen. Und das war hier der Fall. Die Sounds waren gut ausgewählt. Da ist auf zwei Spuren jetzt Halt drauf von den vieren. Und auf zwei Spuren ist der Neutron drauf. Ja, und meine Vorgehensweise dann, wenn ich zum Beispiel 808 dann mischen möchte, ist, was ist an dieser 808 noch nicht so geil, wie ich es mir im Kopf vorstellen könnte? Ja, und dann fällt mir natürlich das größte Problem zuerst auf. Und das ist ganz oft zu viele Tiefpässe bei 808s. Wenn wir dann in so einen Neutron auch mal reingucken. Oder in irgendeinem EQ kriegen wir einen Analyzer. In dem Fall jetzt hat mir unten alles gepasst. Aber ich habe drüber nachgedacht. Wir sehen hier ganz links die Absenkung. Die war mal an. Sonst wäre das nicht da. Weil das hier ist ein ganz häufiger Move bei vielen 808 Libraries. Wenn die ganz unten zu viel haben. Und das habt ihr bestimmt auch schon in ganz vielen Tutorials gesehen. Wenn ihr euch mit 808 befasst. In dem Fall habe ich es aber nicht gemacht. Weil dann fand ich es ein bisschen zu dünn. Wir können ja mal hin und her schalten. Nur eine Kleinigkeit in dem Fall. Und je nachdem, was ihr jetzt für eine Abhörsituation habt, ob ihr gute Kopfhörer habt, ob ihr gute Lautsprecher habt und Raumakustik. Gerade im Bassbereich ist es schwierig, sonst was zu beurteilen. Da kommen wir nächste Woche dann drauf bei Raumakustik. Aber ich habe es ausprobiert, weil ich dachte zuerst, es könnte sein, dass es zu viel ist. Weil es sieht ein bisschen so aus, wenn wir hingucken. Meistens fallen die gut gemischten 808s ganz links wieder so ein kleines bisschen ab nach links. Und das war hier nicht. Und vielleicht habe ich mich zu sehr von der Optik leiten lassen. Und habe dann zuerst gedacht, ich brauche diesen Low Cut. Aber dann fand ich es schade, als der drin war. Ich habe ihn wieder rausgenommen. Ja und das hier kommt gleich. Ich habe dann als nächstes den Saturation, den Exciter drauf gemacht. Für die Obertöne. Wie viel man da macht und welchen man nimmt, ist natürlich Geschmackssache. Das ist jetzt ziemlich viel hier für meine Verhältnisse. Und wenn man noch mehr macht, werden irgendwann auch die Bässe untenrum wieder dünner. Da muss man aufpassen. Ich kann es ja mal noch mehr übertreiben. Und wir hören mal nur die 808 an dafür. Na, jetzt hört man, dass die ganz untenrum jetzt nicht mehr so gut ankommt, wenn man da zu viel macht. So, wo stand ich? Gibt es kein Undo hier? Achso, das ist im Plugin hier. Ich stand hier. Genau. Ja und dann habe ich ziemlich viel Saturation drauf gemacht. Wenn man noch mehr machen wollen würde, aber den Bassbereich in Ruhe lassen möchte, kann man ja eine Multiband-Saturation machen. Dann könnte ich hier ein Band abtrennen und sagen, alles ab 200 Hertz abwärts lasse ich in Ruhe. Und alles oben kann ich schön verzerren. Das kann man auch mal ausprobieren. Das ist auch interessant. Hören wir uns auch mal an. Bis zum nächsten Mal. Klingt auch ganz geil. Kann man auch machen. Und hier die Höhen habe ich dann deshalb reingedreht. Also die hätte ich jetzt nicht bis ganz oben reindrehen müssen. Da oben ist eh nichts mehr. Aber deshalb schadet es ja auch nicht. Die habe ich dann reingedreht, damit der Exciter noch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Ich mache den auch noch mal auf meine Einstellung. So. Und dann nehmen wir hier mal die Höhen raus und hören uns den Unterschied noch an. Also das habe ich erst gemacht hier, die Höhen, nachdem der Exciter drauf war. Weil je mehr hohe Frequenzen da sind, desto mehr noch höhere Frequenzen als Obertöne werden ja vom Exciter erzeugt, von der Saturation. Ja, und dann klingt es noch ein bisschen luftiger, wird noch ein bisschen aggressiver, wird noch ein bisschen gemeiner. Und das Wichtige ist schon das Zusammenspiel mit der Kickdrum. Auch Kickdrum-Sample funktioniert gut, aber das ist nicht unüblich. Also Plug-in-Show kriegen wir gleich, wenn wir die Vocals angucken, wenn ihr hier mal drauf guckt. Die Plug-in-Show kommt noch, keine Sorge. Aber das finde ich eine ganz wichtige Botschaft. Ihr müsst nicht jede Spur vollknallen mit irgendwas. Weil auch die Kickdrum hat schon funktioniert, fast für mich, fast. Und das eine, was mir gefehlt hat, war ein bisschen mehr Lowend in der Kickdrum. Und wenn wir das mal ein- und ausschalten. Das Verhältnis von den tiefen Frequenzen von 808 und Kickdrum ist sehr, sehr, sehr wichtig. Dass die Kickdrum nicht kleiner wirkt, aber auch nicht riesig wirkt oder wie es halt zum Song passt. Und jetzt finde ich, dass die perfekt miteinander verschmelzen im ganzen Frequenzbereich. So funktionieren die für mich miteinander hervorragend. Und wir können ja nochmal beide Plug-ins ein- und ausschalten. Wir starten nochmal ohne. Ja, und dann habe ich weiter gemischt. Und am Ende hat mich nichts gestört. Und ich fand es alles schön bis zum Ende. Also einfach nur mit den zwei Plug-ins. Und auf Club und 3 hätte es nur ein bisschen Raum drauf. So was ist Geschmackssache. Es gibt dann manche Leute, die mögen überhaupt keine Räume auf Clap oder Snare. Die wollen das richtig trocken haben. Ich biete meistens in meinem ersten Mix da Räume mit an, weil ich es persönlich ein bisschen lieber mag. Aber kommt schon auch manchmal Feedback zurück, dass dann der Raum lieber wieder runter soll von Clap oder Snare. Gibt es beides. Ist Geschmackssache. Und dann können wir einmal kurz die Fragen zu 808 und Kick machen. Und dann schauen wir uns die Vocals an. Okay, der 720 Pixel findet es schlecht ohne Raum. Ja, wie gesagt, Geschmackssache. Fader-Positionen richtig fahren. Auf Grundlage Pre-Fader oder Post-Fader. Na, die Faders, also die Sends können Pre- oder Post-Fader sein. Die Fader sind ja der Fader. Also die Fader können nicht Pre- oder Post-Fader sein, weil die sind der Fader. Oder wahrscheinlich verstehe ich dich jetzt falsch. Gibt es einen Trick, wie man die Kick und die 808 auf ein gutes Verhältnis bekommt? Ja, genauso wie ich es gerade gezeigt habe. Hier erstmal grob machen an den Federn. Danach die Bearbeitungsschritte machen, von denen du weißt, dass du sie brauchst. Vorher überlegen, warum will ich jetzt ein EQ drauf machen? Ich will mehr Low-End. Und sobald du das beantworten kannst, dann darfst du das Plug-End drauf machen. Und dann versuchst du, dein Ziel zu erreichen. Und irgendwann bist du da. Irgendwann klingt es gut. Aber jeder EQ ändert ja auch ein bisschen das Lautstärkeverhältnis wieder. Ein EQ macht Frequenzen lauter oder leiser, dann wird auch mein Gesamtsignal lauter oder leiser. Den Eingangs-Gain-Nob, ja, könnte man auch machen. Man könnte auch hier oben jetzt anfangen, die alle da Gain zu stagen. Aber schau dir am besten nochmal den Stream an über Gain-Staging. Dazu bin ich einfach zu faul. Ich mache das schnell unten an den Federn. Solange ich da jetzt nicht 30 dB runtergehen muss und in einer unmöglichen Fader-Position lande, ist das so alles gut. Kann man hervorragend arbeiten. Aber machen manche Leute anders. Kein Sidechain für mehr Headroom. Warum würde Sidechain mehr Headroom machen? Das passt irgendwie nicht. Du meinst mit Sidechain wahrscheinlich, dass die Kickdrum den Bass immer wegdrückt, oder? Das mache ich schon manchmal, aber nur wenn ich es brauche. Ich mache nichts einfach so aus Angewohnheit. Alle Sachen, die man macht, nur wenn man sie braucht. Weil das Hauptproblem an den Mixen heutzutage ist, dass viel zu viel Zeug gemacht wird. Viel zu viel Zeug gemacht wird. Und irgendwann klingt es total komisch dann und man kann es gar nicht mehr nachverfolgen, warum. Ich habe diese Plugins alle nicht. Wie mische ich denn jetzt? Du machst genau dasselbe mit anderen Plugins. Ganz einfach. Zu viel Saturation auf Kick 808 verlieren die Transienten an Punch. Die Transienten an Punch. Ja, haben die Transienten überhaupt Punch? Die sind ja sehr hochfrequent. Aber du meinst wahrscheinlich die Attackphase vom Signal verliert an Punch. Ja, das stimmt. Also es verliert auch so die Tiefe irgendwann und wird untenrum ein bisschen dünn und komisch. Dann parallel arbeiten entweder, was stark Saturation Signal dazu mischen oder halt so, wie ich es gerade gezeigt habe, mit zwei Bändern. Und dann die Bässe in Ruhe lassen. Okay, Smart Comp, ja, kommt auch gleich auf den Vocals. Sidechain manchmal, ja. In dem Fall habe ich es nicht gebraucht. Ich finde, dass die super miteinander funktionieren hier. Warum soll ich die Sidechinen? Ich höre die Kickdrum genauso, wie ich sie hören will. Ich höre die 808 genauso, wie ich die hören will. Und wenn es nicht so wäre, dann würde ich überlegen, was kann ich dagegen tun. Und dann ist es schon oft Sidechining. Auch um im Instrumental Platz zu machen für die Stimme, ist auch oft Sidechining. Aber nicht immer. Und ich kenne andere Mixing-Ingenieurs, die machen das gar nie. Und klingt astrein, was die machen. Meine Meinung zu Brauer Rising. Ist das der Brauer Mixing-Ingenieur? Oder was ist das? Das Wort sagt mir noch nichts. Brauer Rising. Brauer Rising. Achtest du nicht auf die Pegel? Doch, klar, mache ich doch. Die ganze Zeit. Ich habe doch gesagt, ich achte am Anfang darauf, dass ich hier 10, 15 dB frei habe. Also ich achte sehr auf die Pegel. Aber danach passiert alles von selber richtig, wenn man das am Anfang macht. Ab dann kann man einfach entspannt mischen und muss sich dann gar nicht mehr um die Pegel kümmern. Oder meinst du die Eingangspegel von den Signalen, wie viel die hier haben im Fader? Das ist mir tatsächlich egal. Also das mache ich immer so, wie ich es gerade gezeigt habe. Funktioniert astrein. Wir gehen mal auf die Vocalspur. Wir nehmen am besten die Main Vocals in der Strophe. Das ist wahrscheinlich am besten. Wir können ja mal hier die Stelle einfach nehmen. Wir machen hier mal einen Loop. Also wir haben hier ein paar Backing-Spuren natürlich noch. Links, rechts, Adlibs. Aber wir gehen mal auf die Main Vocalspur. Das ist diese hier. Ihr seht schon, ich zerschneide mir die dann immer so ein bisschen im Arrangement. Das finde ich einfach übersichtlicher. Das hat keinen anderen Grund. Auch in der Musik mache ich das. Weil so kann ich einfach schnell navigieren und verstehe sofort den Song. Gerade wenn man mehrere Sessions parallel mischt und die mal eine Woche auch liegen lässt. Und dann kommt wieder Feedback. Dann macht man was und hat dazwischen drei andere Songs gemacht. Man versteht sehr schnell wieder, was passiert. Auch mit den Farben. Und ist dann schnell wieder im Song drin. Und die Main Vocalspur ist also die erste grüne Spur. Da nehmen wir jetzt auch mal alle Plugins raus. Das, was mir geschickt wurde, klingt so. Und nach den Bearbeitungen klingt es dann so. Wir starten mal ohne Hall und Delay. Nur die Klangbearbeitungen erstmal. Da sind jetzt viele Plugins drauf, aber da brauche ich wirklich jedes einzelne davon. Also es ist genau dieselbe Denkweise. Ich mache nur ein Plugin drauf, wenn ich weiß, warum ich es brauche und was es verbessert. Und wenn es das nicht verbessert, nehme ich es auch wieder runter. Wenn es so ein Mittelding ist. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt besser ist. Es klingt zwar anders, aber ich bin mir nicht sicher, ob es besser ist. Dann lieber wieder runter. Weil die summieren sich auch. Dann habt ihr von diesen zehn Plugins, die dann drauf sind, sind vielleicht drei drauf, die es eigentlich ein bisschen schlechter machen. Und am Ende ist es richtig schlecht. Ein Plugin falsch eingestellt und alle anderen sind egal, die gut waren. Wenn das an einer Stelle versaut, ist alles kaputt. So ist das halt. Und im Einzelnen sind das hier, ja, die Neuser ist ein bisschen langweilig. Da war halt ein Rauschen drauf, dann kommt halt die Neuser drauf. Also da ist jetzt nichts wirklich Spannendes dran. Dann, der von Isotope RX, hier wird es dann interessanter. Das ist wahrscheinlich das, wo die meisten Leute dran strugglen, schätze ich mal. Der Equalizer, das ist, glaube ich, das, was am spätesten gut wird. Weil einen Kompressor jetzt ungefähr einzustellen, ist, glaube ich, keine Raketenwissenschaft. Und ein Deesser wahrscheinlich auch nicht. Und Saturation wahrscheinlich auch nicht. Aber am EQ hier die wichtigen Frequenzen zu finden, das ist, glaube ich, was die meiste Übung erfordert. Ja, und was ich euch da nur raten kann, ist halt, viele Pausen zu machen, viel mit Referenzen zu vergleichen, mit frischen Ohren mal wieder rangehen und versuchen, die Frequenzen, die einen stören, so aus dem Signal rauszuhören. Wenn wir den jetzt ausschalten, jetzt ist nur der Denuser drauf aktuell. Und jetzt schon zu merken, dass manche Frequenzen stören, das wäre das Ziel, wo wir hinkommen wollen im Mixing. Dass man jetzt beim Abspielen in der Lage ist, Frequenzbereiche zu finden, wo man weiß, die müssen ein bisschen raus, die sind zu stark. Und ich kann ja mal einen zweiten Equalizer drauf machen und euch das ungefähr zeigen, wie das bei mir abläuft. Alle Plugins sind ja aus aktuell. Dann starten wir jetzt mal mit dem hier, die erste Frequenz, die mir auffällt. Schatten in der Sonne, es ist grell. Mal Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern. Keiner kommt. Ist diese hier, dieses Topfige. Das stört mich sofort, ohne dass ich es reindrehe. Schatten in der Sonne, es ist grell. Mal Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern. Keiner kommt an unsere Rampe. Da werden jetzt wahrscheinlich manche von euch sagen, ja, könnte mir auch auffallen. Manche werden wahrscheinlich sagen, nee, das hätte ich nie bemerkt. Das ist okay, einfach weitermachen. Das wird jede Woche ein bisschen besser. Immer weiter mischen, immer weiter üben. Ich habe jahrelang live gemischt, bis ich mit Frequenzen umgehen konnte. Bei manchen geht es schneller, bei manchen geht es langsamer, aber das kommt mit der Zeit. Irgendwann wisst ihr, wie klingt ein Kilohertz, wie klingt fünf Kilohertz, wie klingt 300 Hertz. Ein Tipp, den ich noch hätte dazu, ist, wenn ihr Probleme habt, diese Frequenzen zu hören, das Signal schon mal komprimieren. Gerne stark. Ja, weil ein Kompressor gleicht ja alles an, lautstärkemäßig, und dann sind oft die Störsignale deutlicher. Mir geht es ganz oft so, ich habe mein Signal EQt, danach kommt Kompressor, und wenn der Kompressor drauf ist, höre ich wieder neue Störfrequenzen oder höre alte Störfrequenzen deutlicher und will die noch ein bisschen stärker rausnehmen und gehe dann nochmal an den EQ ran. Passiert mir total oft. Das heißt, die Botschaft dabei ist, wenn das Signal stark komprimiert wird, ist es für euch einfacher, die Störfrequenzen zu hören. Glaube ich zumindest. Also die Frequenz hier oben ist was Metallisches, was mich genauso stört. Schatten in der Sonne, es ist grell, mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern, keiner kommt an uns ran, beobachten uns, Mucke Fitness weinen. Das hier, ne? Stört mich auch. Das wären die zwei Hauptfrequenzen, die mich stören. Wir schalten mal hin und her. Schatten in der Sonne, es ist grell, mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern, keiner kommt an uns ran, beobachten uns, Mucke Fitness weinen. Viel besser gleich, ne? Viel besser. Macht einen riesen Unterschied schon. Und war jetzt nur so grob eingestellt. Gut, ich habe es jetzt mit Kopfhörern gemacht, ne? Es gibt ein kleines Restrisiko, dass es jetzt nicht dasselbe ist, was ich mit meinen Monitoren machen würde. Aber auf Kopfhörern jetzt bei mir, wäre das jetzt die richtige Entscheidung. Wobei ich nicht mit Kopfhörern mischen kann, ne? Ich mache das nur im Stream. Deshalb unter Vorbehalt. Aber wir sehen ja gleich nochmal meinen EQ, wie ich ihn wirklich eingestellt habe. Und um die Frequenzen zu finden, würde ich jetzt auch nicht ganz nach oben fahren, wo der 15 dB macht. Weil dann klingt jede Frequenz komisch. Schatten in der Sonne, es ist grell, mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern, keiner kommt an uns ran, beobachten uns, Mucke Fitness Weinbau, das ist meine Kunst, ja? Da will ich jede rausziehen. Ich würde die so mit vielleicht maximal 10 dB suchen, so 10 dB reindrehen. Und vorher überlegen, welche man gerade sucht. Nicht einfach hier durchgehen und mal so suchen, wo es noch ekelhafter klingt als woanders. Das ist oft nicht die richtige Frequenz dann. Sondern schon zuerst hören, was stört mich und dann versuchen, das zu finden. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr immer einen Low-Cut natürlich drauf haben als Sicherheitsmaßnahme. Und dann fährt man so weit hoch, bis man was verliert, bis es dünn wird und dann wieder ein bisschen zurück. Schatten in der Sonne, es ist grell, mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern, keiner kommt an uns ran, beobachten uns. Mucke Fitness Weinbau, das ist meine Kunst, ja? Die hier stört mich auch. Schatten in der Sonne, es ist grell, mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern, keiner kommt an uns ran, beobachten uns. Mucke Fitness Weinbau, das ist meine Kunst, ja? Ja, und so weiter. Dann arbeitet man sich durch von den größten Problemen zu den kleinsten Problemen. Und dann nehmen wir den jetzt wieder raus. Und am Ende sieht es dann halt bei mir so aus. Also hier ist so ein Bereich, wo ziemlich viel passiert, mitten, ziemlich viel mitten rausgenommen. Das hätte man vielleicht mit einem Band sogar erledigen können oder mit zweien. Das sieht jetzt so ultra kompliziert aus, ist es eigentlich gar nicht. Eigentlich nehme ich nur den Bereich hier raus und den Bereich raus und nehme hier dynamisch, mit einem dynamischen Equalizer die Bässe raus. Das war es eigentlich im Wesentlichen. Gut, der hier noch. Also vier, könnten wir sagen, vier Frequenzbereiche. Das geht, absolut. Und das ist auch nicht ultra viel. Hier, sechs dB ist das meiste. Das ist für eine Mikrofonaufnahme jetzt absolut in Ordnung. Das war eine okay Aufnahme, definitiv. Ja, und dynamischer EQ heißt einfach, der reagiert aufs Eingangssignal. Der nimmt dann mehr raus, wenn mehr kommt. Weil gerade die tiefen Frequenzen sind nicht in jedem Satz oder in jedem Wort gleich schlimm. Das ist ganz oft bei mir so, dass die tiefen Frequenzen einen dynamischen Equalizer kriegen. Und die Hohen, da habe ich gar nichts gemacht. Guck mal. Da kommt gleich der Deesser natürlich. Aber hier so ab 2, 3 Kilohertz lasse ich das Signal einfach in Ruhe. Sowas kann man sich auch mal trauen, wenn alles passt. Wir müssen es nicht kaputt reparieren. Ja, dann kommt Kompression. Da habe ich zuerst den Smart-Kompressor drauf. Schatten in der Sonne, es ist grell. Mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern. Keiner kommt an unsere Randbewerbs. Der hat schon mal die lauten Stellen vorbereitet. Ratio 4 zu 1 ist oft bei mir so der erste Vocal-Kompressor. Und dann Threshold dahin. Attack und Release-Zeiten lasse ich meistens. So wie sie sind. Die sind eh für Vocals oder für Rap passend. Manchmal die Release-Zeit langsamer, äh schneller. Für schnellen Rap. Aber hier ist eh automatische Release-Time. Der macht das von selbst. Und das hat mir gut gefallen auch. Da kann man ja hier oben das Signal analysieren lassen. Dann guckt er sich die Spur an und macht dann selbst einen Vorschlag. Und dann kann man hier noch Vocals einstellen. Und dann fand ich es eigentlich ziemlich gut. Aber viel zu wenig Kompression natürlich. Ich habe dann das gemacht, was ihr bestimmt auch schon kennt. Die übliche 1176er LA-2A Kombination. Ein schnellen Kompressor für die Spitzen. Ein langsamen, der die ganze Zeit drüber geht. Eigentlich hätte man auch den hier ein bisschen mehr arbeiten lassen können. Und dafür den Sonnable, den Smart-Kompressor rausnehmen. Oder andersrum, den Sonnable stärker und nur den LA-2A. Aber irgendwie hat sich das so ergeben in dem Mix. Ich weiß jetzt gar nicht, warum. Das ist eigentlich total untypisch für mich, hier drei Kompressoren drauf zu haben. Aber wenn es dann gut war, fasse ich es ja danach auch nicht mehr an. Wir schauen mal, wie viel Gain-Reduction die machen. Schatten in der Sonne, es ist grell. Mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern. Keiner kommt an uns ran. Beobachten uns. Mucke, Fitness, Weinbau. Das ist meine Kunst, ja. Schon eine ziemlich starke Kompression. Brauchen wir aber auch, um gegen dieses Main-Sample, gegen die 808 anzukommen. Die Stimme muss schon sehr stabil sein. Ich schalte mal beide Kompressoren aus. Dann war das Ganze so. Schatten in der Sonne, es ist grell. Mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern. Keiner kommt an uns ran. Schatten in der Sonne, es ist grell. Mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern. Keiner kommt an uns ran. Beobachten uns. Klingt natürlicher ohne die Kompression, aber klingt auch schwächer ohne die Kompression. Da hört man jetzt schon raus, dass das schwierig wird mit dem Beat. Dass die Stimme untergehen wird im Beat. Oder wir müssen die so laut machen, damit man alle Worte versteht, müssten wir die Stimme ohne die Kompression so laut machen, dass der Beat total klein wirkt. Das wollen wir auch nicht. Deshalb muss die Stimme stabil sein. Starke Kompression. Da kommt ja sogar noch der OTT ganz am Schluss. Der macht ja nochmal Kompressionen. Aber zuerst haben wir einen Deesser. Ja, da mache ich auch nicht viel. Stelle ich nur Threshold und Range ein und schaue mir die Gain Reduction an und höre zu. Ohne Deesser. Ohne Deesser. Wird ein bisschen sanfter mit Deesser. Tappen in der Sonne, es ist grell. Mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern. Keiner kommt an unsere Rampe. Zum Glück. Zum Glück hat es gereicht in dem Fall hier. Es gibt manchmal Aufnahmen, da reicht es nicht mit dem Deesser. Dann muss man da von Hand ran an die Esslaute. Ich bin immer froh, wenn das nicht passiert. Weil dann artet es in Arbeit aus. Hier nicht. Da hat der Deesser das elegant hingekriegt. Es war auch nicht viel. Die stören nicht sehr, die Esslaute. Die stören auch oft mehr nach der Kompression. Und dann reicht es oft nicht mehr, wo man am Anfang dachte, ja, das wird gar nicht so ein großes Problem. Dann macht man ein richtiges Brett draus mit dem Kompressor und auf einmal hat man doch ein richtiges Problem mit den Esslauten. Dann kommt nochmal ein EQ. Weil nach diesen ganzen Bearbeitungen, und vielleicht war das am nächsten Tag oder nach einer Pause, und das ist ja immer ein guter Tipp. Wenn man nach einer Pause wieder neu reinhört, hat man so 10, 20 Sekunden frische Ohren, bevor man sich schon wieder an alles gewöhnt hat. Das sind die wertvollsten 10 Sekunden im ganzen Mixing. Das ist immer so wertvoll, wenn ihr mit frischen Ohren neu rangeht, nach einer längeren Pause oder am nächsten Tag. Ja, und da hatte ich dann das Gefühl, ich will doch nochmal zwei Sachen EQen. Und bevor ich jetzt hier ganz oben in meinen alten EQ reingehe und hier wieder noch mehr Sachen, die ich danach überhaupt nicht mehr verstehe, mache ich doch einfach einen neuen EQ rein. Und mache den an der Stelle jetzt, wo mir das Problem aufgefallen ist. Nämlich jetzt nach diesen ganzen Bearbeitungen. Weil der erste EQ ist auch vor dem Kompressor. Da passieren auch wieder leicht andere Sachen, als wenn ich jetzt den EQ nach dem Kompressor bringe. Die Plug-ins kommen in der Reihenfolge, wie ich die Probleme lösen möchte. Da kann jede Session anders sein. Ganz intuitiv. Und hier wollte ich ein bisschen nochmal raushaben bei 270 Hertz. Das klingt so. Schatten in der Sonne, es ist grell. Mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern. Keine Ahnung. Die Frequenz hatten wir im ersten EQ auch schon, aber hat wohl nicht ganz gereicht. Vielleicht auch durch die Kompression. Und hier wollte ich ein bisschen mehr haben bei 600 Hertz. Schatten in der Sonne, es ist grell. Mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern. Keiner kommt an uns Rand. So ein bisschen die Deutlichkeit und einfach die, dass die Stimme da ist. Dass die Präsenz hat. Die klangen mir ein bisschen zu dünn ohne das. Schatten in der Sonne, es ist grell. Mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern. Keiner kommt an uns Rand. Beobachten uns. Mucke, Fitness, Weinbau. Kleinigkeiten. 1, 2 dB in einem bestimmten Frequenzbereich. So, Fragen beantworte ich gleich. Wir haben noch drei Plug-ins und dann schaue ich mir eure ganzen Fragen an im Chat. Wir haben Soothe. Hoppla. Das ist nicht Soothe. Doch ist es. Okay, interessant. Das ist eine neue Ansicht auf jeden Fall. Ach, das sind jetzt die ganzen. Tatsächlich, das sind die Soothe-Parameter. Okay, warum sieht das jetzt so aus? Das gefällt mir nicht. Ich will, dass es so aussieht wie früher. Haben die ein Update? Okay, egal. Ich habe es eh meistens in Standardeinstellung. Ich mache es mal neu drauf. Mal gucken. Jetzt ist ganz abgestürzt. Gut. Dann ist mit Soothe wohl irgendwas anders auf einmal. Ich starte neu. Wir schauen so lange in den Chat rein. Nutzen wir die Zeit. So, Mikro weiß ich nicht. Nee, welches Mikro benutzt wurde. Ah, nach Brauer. Okay, der Mixing-Ingenieur. Parallel Bearbeitung des Signals mit verschiedenen Kompressoren, um den Spuren ein bisschen mehr Farbe zu geben. Parallel mit verschiedenen Kompressoren. Nee, das habe ich noch nie gemacht. Also ich habe mir vom Brauer ziemlich viel angeguckt bei Mix with the Masters. Der hat ja, glaube ich, zwei so einstündige Interviews da, wo er Fragen beantwortet. Die habe ich mir damals sogar ein paar Mal angeguckt. Auch super spannend. Aber entweder kann ich mich da nicht dran erinnern oder ich habe das gar nicht ausprobiert. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber klingt interessant. Ja, ich mache mir mal einen Screenshot. Okay, Gainstaging, genau, hatten wir schon. Noch nie so viele Plugins auf einer Spur bei mir. Ja, das kann gut sein. Das ist echt untypisch für mich. Aber deshalb fand ich auch die Session so spannend, weil auf Kickdrum und 808 ist quasi gar nichts und auf den Vocals auf einmal zehn Plugins. So solltet ihr mischen. Da, wo ihr viel braucht, viel. Da gibt es schon mal eine Materialschlacht. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Und das ist natürlich eine schwierige Entscheidung oft. Das weiß ich schon auch. Aber im Zweifelsfall lieber weniger, würde ich sagen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, macht lieber weniger. So, jetzt schauen wir mal, ob der Soothe jetzt mit mir sprechen möchte. Okay, Plugins sind hier wieder aus. Machen wir wieder an. Wo unten die zwei Bounces wieder aus. Und hier ist die Main Vocal Spur. Und jetzt geht's wieder. Okay, das war komisch. Also das hier ist mein Soothe. Und wie ich es erwartet habe, Standard-Einstellung. Ich habe da gar nichts geändert drin. Schatten in der Sonne, es ist grell. Mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern. Keiner kommt an uns, Rand beobachten uns. Mucke Fitness Weinbau, das ist meine Kunst. Schatten in der Sonne, es ist grell. Mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern. Keiner kommt an uns, Rand beobachten uns. Mucke Fitness Weinbau, das ist meine Kunst. Ja! Schatten in der Sonne, es ist grell. Mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern. Keiner kommt an uns, Rand beobachten uns. Mucke Fitness Weinbau. Das ist keine einfache Entscheidung, finde ich. Also es wird minimal besser, würde ich sagen. Und dann habe ich ihn drin gelassen. Aber ich finde auch oft, dass es schlechter wird. Und ich würde niemals den Soothe als Ersatz für ein EQ sehen. Also diese Arbeit hier, nee, diese hier, kann der euch nicht abnehmen. Der kann die verbessern. So würde ich sagen, funktioniert es. Aber nur den Soothe, weil man das hier nicht hinkriegt, schwierig, schwierig, schwierig. Vielleicht wird es manchmal ein bisschen besser. Aber die Königsklasse ist wirklich, selber gut EQen und dann noch den Soothe ausprobieren, ob der nochmal so ein i-Tüpfelchen machen kann. Ja und in dem Fall fand ich das, jetzt gerade mit Kopfhörern fand ich es schon grenzwertiger. Aber auf Monitoren habe ich mich offensichtlich dafür entschieden. Ja und dann bleibt er halt drauf. Und in Standardeinstellung. Manchmal mache ich hier noch weniger dann davon, aber viel mehr stelle ich da gar nicht um. Entweder der funktioniert oder nicht. Und dann habe ich Saturation. Habe ich mit dem Decapitator, aber auch nicht mal hochgedreht. Der macht wirklich nur in Grundeinstellung so ein bisschen Obertöne dazu. Den können wir auch mal ein- und ausschalten. Wir starten ohne. Das wird sogar ein bisschen leiser. Eigentlich gar nicht gut eingestellt. Also dadurch klingt es fast schlechter mit dem, weil es ein Tick leiser wird. Aber er macht ganz leicht auch Obertöne dazu. Und vielleicht, wahrscheinlich habe ich da auch mehr ausprobiert dann, während ich gemischt habe. Können wir auch mal machen. Aber das ist hier selbst auf drei schon zu viel, finde ich. Tappen in der Sonne, es ist grell. Mein Fokus ist da oben, wir zwei auf einem Stern. Keiner kommt an uns ran. Beobachten uns. Mucke, Fitness, Weinbau, das ist meine Kunst. Extrem abhängig vom Eingangspegel. Also wie laut euer Wavefile hier ist. Wie viel Pegel hier aus dem Wavefile rauskommt. Und wenn ihr hier was ändern würdet am Clip Gain, wenn ich jetzt hier mein Wavefile lauter oder leiser mache, ändert man natürlich alles, was mit Dynamik zu tun hat. Die Kompression würde sich verändern. Und die Saturation würde sich natürlich auch ganz stark sogar verändern. Weil das hier ist ja wie mehr Input Gain in der Saturation dann. Deshalb, da vorsichtig sein. Wenn ihr dann schon Plugins drauf habt und dann noch was am Clip Gain ändert, dann ändert ihr natürlich, wie es in diese Plugins reingeht. Da ist auch immer wichtig, dass man sich bewusst macht, in welcher Reihenfolge man arbeitet. Ja und der letzte im Bunde ist der OTT. Ich habe den vom Slate Bundle, aber es gibt ja die Originalversion sogar kostenlos. Das ist ein Drei-Band-Kompressor, der gleichzeitig Upward- und Downward-Kompression macht. Also der macht nochmal richtig fette Kompressionen einfach. Multiband. Und den können wir auch mal Vollgas reinfahren. Wo sind wir jetzt? Wir gehen wieder hier hin. Das wäre die übertriebene Version. Aber ich finde, wenn man den so dezent dazu mischt, so wie Parallel-Kompression ist es ja, wenn ich den mit 30% dazu mische, finde ich es eine Verbesserung. Wir lassen ihn mal auf 30 und schalten ein und aus. Zuerst ohne. Könnte man auch mit einem Multiband-Kompressor nachbauen. Also mit dem Pro MB zum Beispiel von Fabfilter könnte man das nachbauen. Der kann ja auch Upward- und Downward-Kompression. Da könnte man mit zwei Instanzen das auch nachbauen, aber man könnte auch einfach den verwenden. Es gibt ihn ja eh schon. Diese ganz starke Kompression, die nochmal das so richtig fett macht, so richtig übertrieben einfach. Gerade für aggressivere Songs, wenn es im Gesicht sein soll. Und ich habe den auch sogar auf dem Instrumental-Bus, wenn mich nicht alles täuscht. So hier, genau. All Music. Da läuft meine komplette Musik drauf. Alles außer Vocals. Und da ist der auch drauf. Bisschen weniger mit 20%. Aber auch für Musik. Manchmal habe ich den sogar auf der Summe. Hier jetzt nicht in dem Fall. Aber manchmal schon. Ja, das sind meine Plugins auf den Vocals. Und da finde ich jetzt, auch wenn das viel aussieht, finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Also es ist eigentlich nicht so viel. Und dann habe ich mir hier eine Vocal Chain abgespeichert. Hier bei Store FX Chain. Und dann kann ich das auf den anderen Kanälen hier direkt wieder reinladen. Und nehme das als Grundlage für meine Backing-Spuren. Und dann teilweise sieht man hier, verwende ich nur einen Teil der Plugins. Oder stelle auch mal den EQ anders ein. So wie hier, für die Backing-Spuren. Viel weniger Bässe, viel weniger Höhen. Damit die nicht stören, sondern nur dabei sind. Und fett machen. Also zuerst kopiere ich die dann rüber. Von meiner Main Vocal Spur. Und dann bearbeite ich die nochmal so, wie es dann für die jeweilige Spur passt. Also hier AdLibs zum Beispiel. Haben dann viel weniger Plugins. Nur das, was sie halt brauchen. Nehme ich dann rüber in dem Fall. Das erstmal grundlegend zu dieser Mixing Session. Und jetzt schaue ich nochmal in eure Fragen rein.